Andrea Wattroff, die da steht, da war er ja auch, dass wir uns nicht verstanden haben. Die Strecke, die sind aus ihren Büchel-Kotterbeugel in der Strecke, die auch die Strecke, die gewahrsam sind. Die Familie der Kroft-Ausbildungsflugzeuge reicht von Unterwägern über die meisten Die Familie der Kroft-Ausbildungsflugze Der Kroft-Ausbildungsflugze Die Familie der Befluence determiniert, würde ich jetzt democracy Applaus Für uns Piotr Kuman Iwaszko mit der MiG-29 Fulcron. Von links jetzt die MiG-29 Fulcron. Und dann von links die MiG-29. Die MiG-29 Fulcron. Die MiG-29 Fulcron. Die MiG-29 Fulcron. Die MiG-29 Fulcron. Die MiG-49 Fulcron. Die MiG-29 Fulcron. Der WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Der WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 W Und auch wenn ich mich damit wiederhole, meine Damen und Herren, während Piotr die WIG-29 landet, bitte denken Sie daran, wir haben einen wunderschönen Tag. Wir haben einen wunderschönen Tag. Wir haben einen wunderschönen Tag.